Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder, das lange ist irgendwie seltsam, aber egal, halli hallo liebe Leute, wir sind heute hier und wir sind einmal das Hörnchen, das frett vorlaut und ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme der zwei und zwar ist der gute Wolfsliner dabei, hallo liebe Leute. Hallo, hi. Man kann jemanden herausfordern und der andere wird es dann abnehmen und geflogen wird von Reserve bis hoch auf Level 8 bis 9. Cool, das heißt, es gab glaube ich die Spielmodi One-on-One gibt es, also das ist dann wahrscheinlich auf einer Custom-Map, diese Duell-Maps, wo man ganz dicht beieinander spawnt, denke ich jetzt einfach mal. One-on-One kann man jede Nation gegen jede Nation spielen, hattest du ja glaube ich auch schon gesagt, das heißt, es ist recht unbefangen. Man muss nicht jetzt zum Beispiel Russen gegen Russen machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Richtig. Okay. Wäre aber ziemlich cool, wenn man eine ausdrücklich eine Chance und man sagt, okay, beide nehmen dasselbe Flugzeug. Das ist immer ganz klar. Das kann man ja dann absprechen, also genau. Ha, Teufel würde ich tun, ich würde immer das stärkere Flugzeug nehmen. Ja, kannst du sie absprechen und dich nicht dran halten. Das ist eine gute Idee, ja genau. Wie sieht denn das eigentlich aus, also ich denke mal One-on-One wird auf diesen Custom-Duell-Maps, denke ich mal, ausgetragen, aber wie sieht das aus, wenn man zum Beispiel auch die Spielmodus 4 gegen 4 spielt, ist das dann so ein ganz normaler Vorherrschaft oder Bodenangriff-Map, oder ist das dann auch wirklich nur Stumpf-Duell, schießt den anderen ab und dann habt ihr gewonnen? Stumpf-Duell und Bonn. Okay. Hätte jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Weil, wenn du da, was ich mir ganz grob, Bodenangriff machst, ich weiß ja nicht, wie ein Bomber, 4 und 4. Ja, könnte ein bisschen wenig sein, stimmt auch schon wieder okay. Na ja, so ja, es steht ja in Forderung halt der Luftkampf, das ist ja klar. Jo. Ja gut, okay, der macht Duell auch am meisten Sinn, das stimmt schon. Und die Liga startet jetzt am Sonntag, das ist ja heute, welches Daten haben wir denn heute überhaupt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 30. Heute ist der 30. Genau. Die Folge wird jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, leider erst am 2. ausgestrahlt, ne Hörnchen? Am 1. bei mir. Heute kommt ja, also heute am 30. kommt eine Folge raus, wo ich Team kille. Auch zu sehen. Ja, und dann morgen am 1. kommt dann die Folge raus. Gut, dann kommt er am 1. Also ihr habt dann, leider ist die Ankündigung, leider einen Tag zu spät, aber ihr könnt trotzdem alle mal schön auf die Internetseite gehen, die da war. RossanaLiga.de, war das richtig? Richtig. Alles zusammengeschrieben, alles klein, alles draufgehend. Will ich mal durchlesen, da gibt es super Infos für der Liga. Wie gesagt, das Ganze ist im, wie hast du gesagt, im welchen, das habe ich heute das Wort vergessen, im Herausforderungsmodus. Genau. Jetzt, man wird nicht stumpf in irgendeine Gruppe zugeteilt, sodass es dann den Gegner, sondern man kann wirklich sagen, ich will gegen den kämpfen, ich will gegen den kämpfen. Ja, allerdings auch nur gegen die Leute, die auch wirklich dann die Läder mitfliegen haben. Das heißt, wenn ich mich anmelde für eine 1-on-1-Ladder, könnte ich nicht herausgefordert werden zu einer 4-4-Ladder. Nein. Auch nicht, wenn ich mich jetzt für eine Läder von 8-9 wähle, kann ich nicht in eine Läder rausgefordert werden, die 6-7 fliegen. Achso, du meinst die Tierlader. Ah, okay, ja, alles klar. Okay, gut gehört. Kann man dann in einer Saison auch mal wechseln, oder muss ich mich tatsächlich für eine Saison auf eine Spielart dann festlegen? Nein, du kannst dich für so viele Läders anmelden, wie du lustig bist. Ah, okay, gut, okay. Gut, okay. Und die Saison geht, glaube ich, 3 Monate dafür gesagt, ne? Genau, richtig. Und dann wird einfach nur gesagt, hey, du bist der Gewinner, oder gibt es dann auch vielleicht so einen kleinen Obulgus für den Ersten? Das wissen wir alle noch nicht, wie das läuft. Auf jeden Fall halt eine richtige Tabelle. Es wird zumindest das Gefühl geben, der Beste zu sein. Genau. Und das soll ja auch vermittelt sein. Genau. Ja, klasse. Klingt alles sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze entwickelt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Definitiv. Man müsste nochmal gucken, mit den Schwadronen, die dann da mitfliegen. Weil du kennst dich ja sicherlich jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen intensiver mit War Thunder aus. Sieht denn das eigentlich aus bei diesen Customers, wenn man die erstellt? Kann man da als Vectator reingehen? So mal ganz blöd gefragt. Gefragen, ja. Äh, das weiß ich nicht auch. Schade, weil sonst könnte man natürlich auch gerne mal so ein Spiel mal irgendwie kommentieren, oder sonst was auch in dem Livestream, wenn man da mit den Schwadronen zusammenspricht. Das wäre sicherlich auch mal interessant. So steht das Finale. Ich habe übrigens gerade nicht einen Doppelteam-Kill gemacht. Das war hart, war ich nicht. Ich habe auch den einen Typen geschossen mit der Air Cobra. Und da fliegen die nacheinander in meine Schusslinie rein. Und kriegen natürlich beide einen Kanonenschuss ab und sind direkt tot. Nein, böse. Muss leider, ich komme mal runter, ich versuche mal die Lack wegzuschnappen. Ich bin ja irgendwie wieder in dem Pool von den 15 Leuten hier. Nein, die schießt dann hier vorbei. Ein Doppelteam-Kill, ey. Das war echt, das war böse. Böse, böse. Gibt es da für eine Folge? Haltet euch fern von mir. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall intern... Ich fühle mich auf jeden Fall erfolgt. Ah, der ist weg. Ich bin lack. Uiuiuiui, ist mir schon was los. Woodfair, du hast da so ein paar Probleme, kann das sein? Ein wenig. Ein wenig. Da, okay. Ich habe es erwischt. Ich habe hier eine Hurricane und eine Kitty auch hinter mir. Ich komme auf dich zu. Ich bin doppelteam-Kills. Ich bin noch auf Platz 3. Du bist halt OP, Fred. Ich bin OP, Fred, ja. Du solltest einen wirklich bei der Liga mitmachen. Siehst du ein Ausflug? Fred, du hast anmelden. Ja, jetzt musst du erst noch ein paar Flieger kaputt machen. Einen habe ich schon. Ich glaube, ich werde mich gleich einfach auch mal aus Jusendoller einfach mal registrieren. Ich denke mal, ich werde das auch so im höheren Tierbereich machen. Also nicht die Reserve-Dinger. Und mal gucken, vielleicht fordert mich der eine oder andere auch mal heraus. Mal gucken. Hoffen wir. Wahrscheinlich, oh Gott. Wahrscheinlich sehe ich, was ich sehe schon kommen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt. Ich habe gerade gesagt. Bats. Muss man denn dann alle Herausforderungen auch annehmen? Nein. Oder kann man sagen... Nein, ich will nicht. Nein, du musst sie nicht annehmen. Du kannst auch, wie du sagst, wenn jetzt ein Teamfight, also sprich ein Stradon, boah, ich glaube, man fehlt, dann kannst du auch sagen, du können wir das nicht später machen oder einen Tag später, dann kann sich halt darauf geeinigt werden. Das heißt, man bekommt nicht sofort die Niederlage, weil man halt mal keine Zeit hatte, genau deswegen wollten wir ja halt auch dieses Ladder-System machen, damit man halt die Möglichkeit dazu hat und nicht sofort direkt mit einer richtigen Liga einsteigen, mit einem festen Spielplan. Dann kann der ein oder andere nicht, weil man hat ja doch noch irgendwo ein Privatleben. Ach, so ein Ding. Aber wird das denn dann auch irgendwie noch moderiert nebenbei? Also so, dass Leute da ein Auge drauf haben? Yay. Letztendlich nicht. Also ich sag mal, deswegen habe ich vielleicht auch dem Schrammo auch angeschrieben. Heißt, Schrammo soll bei jedem Match einfach mal dabei sein und immer mitfliegen. Nee, das meinte ich nicht mit moderieren, sondern halt, dass einer so ein bisschen auch, dass irgendwer auch ein bisschen den Überblick hat, wer da jetzt wo was gemacht hat. Oh, scheiße. Sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde es überleben, aber leider nicht. Liebe Leute, ihr seht hier den Wolfsliner, die Liga, ihr habt gesehen, was ihr getan habt. Jagd ihn, jagd ihn. Es ist super geil, dass meine Landeklappen noch funktionieren, obwohl mein einer Flügel komplett weg ist, meine Sachen alle komplett im Arsch sind und ich werde repariert in 30 Sekunden. Ja, man bekommt auch super Drehungen hin, wenn das Heck und so ein Flügel fliegt und man dann noch irgendwelche Klappen reinmacht und man irgendwie so 5000 Metern runterstürzt. Und das sieht dann auch extrem toll aus, wenn man dann seinen Kunstflugrauch anmacht. Oh, Kunstflugrauch, den habe ich ganz vergessen. Du hast 15 Sekunden auch, ich will irgendwas killen, ich habe nichts getroffen mehr. Ich überlege auch gerade so, wie viel Abzug gab es noch für einen Teamkill? Genug, 2000. Okay, ich bin zwei Kilometer entfernt, Hörnchen, ich komme. Oh mein Gott, ich werde in zwei Sekunden repariert. Ähm, ich glaube für den Staffelabschuss bezahlt man gar nicht. Oh mein Gott. Schnell, flieg. Ja, für den Staffelabschuss bezahlt man nichts. Hey, Schrammo, ich glaube, das ist ein Kilometerkanon, was geht? Was geht? Ich bin ne Jack, ich zeig gleich, was geht. Der hinter mir ist das Aufhalter, wie das mit der. Also, falls jemand Lust hat, ne Horde abzuschieben, kann mir gerne helfen. Ja. Hm, ich sehe es, komm mal dazu. Das Feuer ist eröffnet. Fred, du knisterst. Ich knistere? Mhm. Ja, das liegt an meinem, das ist nicht mehr. An meinem Kunstraum. Ich weiß. Ich dachte gerade, du meinst mein Mikrofon oder so. Nein, Fred. Ich bin mich doch sehr bewundert. Wo ich hier doch schon meine Millionen Ausrüstung hab. Genau, dein YouTube Money von der, keine Werbung, die du schaltest. Richtig. Aber YouTube zahlt dir ja persönlich. Herr YouTube selbst überweist dir das. Die haben, musst du mich wirklich überreden, was ich Let's Plays mache. Die haben jetzt zu mir hingekommen und haben gesagt, hier Fred, du, äh, musst du mich von Dailymotion abgeworben, ne? Dann wäre bei Dailymotion unter Vertrag. Äh, ja. Nachdem ich vorher ja bei, ähm, ARD mal bei Rosamunde Fischer mitgespielt hab. Ich, 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 ich hab immer bei ARD hier bei Wissen vor acht hier den Quarks-Typen, da hab ich immer synchronisiert. Wissen macht A. Wissen vor acht. So, ja, ja, das ist, äh, Ranga Yogeshwar. Ja, den Synchron sehe ich immer, weil der spricht ja wirklich jetzt gar nicht Deutsch und den Synchron sehe ich immer. Ja, auch nicht Schauspieler, den immer. Genau. Das waren, Schrammo und ich, schon ein gutes Duo damals. Ja, das war eigentlich. Die guten alten ARD-Zeiten. Ja, das war, das war ich. Ups, wer war denn das? Schrammo. Das war knapp. Mhm, wir sind halt ein gutes Team, Fred. Wie war das mit Staffelabschluss? Das hat man nix, ne? Ja. Also das heißt, Staffel kann man, äh, abschießen oder was? Fred, lass es. Fred, lass es. Also ohne dafür in die Miesen zu gehen, genau. Dafür wird man dann von seinen Freunden verkloppt, ne? Genau. Ich glaube, ich bin das nächste Mal auf dem Schulhof, wenn man uns treffen, Fred. Treffen uns beim Karussell, ja. Oder bei der Rutsche. Da, wo du immer das Gras vertickst? Ja. Bei der Grundschule, bei der Rutsche, wo das Gras wird sich. Frisch gemäht, sag ich dir, du. Das geht richtig weg. Was ist das? Trammo, Trammo, ey. Nur das Sachen. Ey, ich bin der Gärtner. Rasenmien, ey. Und irgendwas, der Kompost voll, dann muss ich das Rassel verkaufen. Hopp, hopp. Hier ist der Boden. Ich habe den Boden gefunden. Also wenn die niemanden sucht, ich kann nicht sagen, wo er ist. Unten, ne? Ja. Wenn du die Sonne siehst, dann einfach in die andere Richtung fliegen. Aber dann fliege ich in Richtung feindlichen Flugplatz. Ah, die Sonne steht sehr niedrig. Ja, stimmt. Oh, ich schieße schon wieder irgendwie ins Nichts. Ich hätte gern Raketen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eigentlich viel besser sein müsste. Ich habe auch schon viel mehr abgeschossen als nur drei. Ich habe auch das Gefühl, ich müsste viel besser sein. Werden die Teamkills abgezogen in der Statistik? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So ist das möglich. Ah, immer diese blöden Teamkollegen, die sich von mir abschießen lassen. Ja, genau, die Teamkollegen sind schuld, ne? Was sind die auch da gewesen? Was sind die auch da gewesen? Die haben noch gesehen, dass du kommst. Komm, und da ist einer hinter dir. Flieg in meine Richtung. Ein, die zwei. Ja, ich bin links von dir. Flieg nach links. Ich habe gerade nach Auge hier. Ich fliege nach links. Ich wurde geschossen von Chill Bitch. Chill Bitch, das ist auch noch dein Name. Das ist auch sehr gut. Alter, Chill Bitch. Ja, steigen wir mal in die KI 61 und gucken, was da noch abgeht. Wo ist der Typ, der mich gerade abgeschossen hat? Fred, ich wollte dir gerade helfen, aber du bist tot. Ähm, nein, das sieht nur so aus. Es ist zwei Wurzeln. Ich stelle mich tot. Das habe ich von den Eichhörnchen gelernt. Eichhörnchen stellen sich doch gar nicht tot. Das sind doch diese, wie heißen die Viecher? Die es auch bei Eichhörnchen gibt. Wie, die stellen sich nicht tot. Eichhörnchen stellen sich nicht tot. Das stellt sich jetzt schon seit Tagen tot, mein Eichhörnchen. Das sitzt auf seinem Ast und bewegt sich nicht mehr, ne? Ja. Das nehme ich mir als nächstes. Ich wollte es doch nur kuscheln. Kofred, hol dir den Pimmelpaul. Pimmelpaul. Was sind denn das für ein Name, alter Chillbitch, Pimmelpaul? Ja. Free to play game, ne? Oh, da ist wieder einer zwischen uns. Und weg. Und vorhin sind wir doch gegen Snowden geflogen. Ja, genau. Gegen Prism Snowden, ja, absolut episch. Gut, dass das Spiel aufgehört hat, weil sonst hätte ich gerade den dritten Team gekriegt. Ja, ich habe es gesehen, der war voll im Feuer, der Typ. Der ist doch von der Seite wieder reingeflogen. Ja. Na gut, dann war es das für diese Folge auch schon. Wie gesagt, geht doch alle bitte mal auf www.warsunderliga.de. Guckt euch das Ganze an. Ich werde mich da auch registrieren. Vielleicht fordert mich ja der eine oder andere raus. Bitte nicht zu viel. Ja. Ich fordere dich heraus. Ah, mit einem Hellhandschuh. Patsch, patsch. Ins Gesicht. Und dann fliegen wir so neun Schritte auseinander, drehen uns um und schießen. So wie Huma Simpson das macht, diese Einfolge. Gut. Gut, ich sage jetzt erstmal, bis denn dann und Tschüdelü. Tschüss.